Für alle Fans und für alle zukünftigen Fans, die nach diesem Lied Fans sind, Askania Köpenick-Hymne. Sorry, sorry, sorry. Das ist ja, genau, das geht ja gar nicht. Ich bin hier bei Askania Köpenick. Wir singen jetzt hier das Lied für Askania Köpenick. Ich kann aus meiner Hand abzählen, wer gerade geschrien hat. Es geht lauter, und zwar auf drei. Ich möchte nicht nur für das Lied, sondern auch vor allem für Askania Köpenick ganz lautes Hören. Eins, zwei, zwei! Ich verneige mich vor euch. Vielen Dank. Ich bin hier bei Askania Köpenick. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020